Hallo liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und herzlich willkommen zum 73. Mitarbeiter-Podcast des Klinikum Fürth mit aktuellen Informationen und wie immer unserer positiven Geschichte. Alle Informationen, die Sie jetzt hören, haben den Stand von Montag, den 30.11. um 17.30 Uhr. Heute mit folgenden Themen. Covid-19, aktuelle Zahlen und das Wichtigste zur aktuellen Belegungssituation. Corona-Impfung, wie ist der aktuelle Stand? Freizeitempfehlung, ein Tipp für Ihr abendliches Fernsehprogramm. Premiere, erste Patientenveranstaltung als Webinar sehr erfolgreich gelaufen. Mein Name ist Manfred Wagner, wie immer für Sie aus dem Klinikum Fürth mit. Covid-19-Fallzahlen. Wir starten wie immer mit einem Blick auf die Fallzahl der zu versorgenden Patienten im Klinikum. Heute haben wir neun auf der Intensivstation und weitere 38 Patienten auf der Normalstation. Wir haben mal die Altersverteilung der ersten und zweiten Welle verglichen und da ist doch auffällig, dass das Durchschnittsalter der Patienten in der zweiten Welle deutlich gesunken ist. In der ersten Welle hatten wir noch ein Durchschnittsalter von 74 Jahren und jetzt liegen wir so bei Mitte 60 Jahren. Also die Patienten der zweiten Welle, die bei uns stationär aufgenommen werden mussten, sind fast zehn Jahre jünger im Schnitt als die in der ersten Welle. Vielleicht haben Sie auch schon gehört, dass die Stadt Nürnberg heute bei der Sieben-Tages-Inzidenz die 300er-Marke gerissen hat. Auch in der Stadt Fürth liegen wir noch bei über 200, sodass wir weiterhin mit Patientenzustrom rechnen müssen. Belegungssituationen. Ja, bei den hohen Inzidenzen draußen steigt natürlich auch die Anzahl der stationären Covid-Patienten im Großraum. Heute sind wir da bei 394 und damit 20 höher als noch am Freitag. Und wie zu erwarten wird sich das wahrscheinlich auch noch weiter zuspitzen. Auf unserer Intensivstation, nachdem wir da letzte Woche relativ gut durchgekommen sind, war es jetzt heute schon spürbar, dass der Belegungsdruck steigt und die Betten knapp werden. Und das hat uns heute ausführlich im Krisenstab beschäftigt. Stand jetzt sind wir auf der Intensivstation mit zwölf Patienten auf der INM und 15 Patienten auf der INTO schon mit einem überbelegt. Und das hat heute sehr lange und intensive Diskussionen im Krisenstab auch noch mal gebraucht, um jetzt festzulegen, wie wir da weitermachen. Und ich will das sehr transparent für Sie machen, damit Sie auch mal sehen, welche Gedanken da bei uns sind. Erstens achten der Professor Dormann und ich sehr darauf, dass wir in der engen Abstimmung und auch partnerschaftlichen Abstimmung mit den anderen Kliniken immer wieder versuchen, eine möglichst gleichmäßige Belastung der Kliniken herzukriegen, auch entsprechend ihrer Größe. Wir monitoren das sogar, dass wir wirklich schauen, wer hat eigentlich wie viele Kapazitäten und wer hat im Vergleich dazu wie viele Patienten. Und da gibt es ganz viele Punkte und Argumente von allen Seiten. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir schon erleben, dass im Moment alle da an einem Strang ziehen und versuchen mit zu versorgen. Ich weiß, dass bei uns im Haus auch die Diskussion umgeht, ja, müsste da die Uni Erlanger nicht eigentlich mehr nehmen, weil die auch größer sind. Aber auch die Uni hat in den letzten Tagen doch deutlich an Kapazität aufgebaut. Und seien Sie versichert, dass wir sowohl mit der Uni, mit dem Klinikum Nürnberg, mit den kleineren Häusern, aber auch mit den ärztlichen Leitern immer wieder dieses Thema diskutieren, monitoren und uns da sehr um eine faire Verteilung kümmern. Unabhängig davon ist es aber nun einfach mal so, dass wir im Moment sehr viele Intensivpatienten und zwar sowohl Covid als auch Non-Covid im Großraum haben und wir müssen die jetzt irgendwie versorgen. Deswegen wird der erste Schritt auch weiterhin sein, wenn uns ein Intensivpatient von außen angeboten wird, dass wir als erstes mit den anderen Kliniken Kontakt aufnehmen, ob es dort noch freie Kapazitäten gibt. Darüber hinaus haben wir heute im Krisenstab beschlossen, für morgen alle Operationen, wo im Nachgang Intensivbedarf absehbar ist und die verschiebbar sind, zu verschieben. Und glauben Sie mir, das ist keine einfache Entscheidung, weil das sind keine Patienten, die jetzt irgendwo mal sagt, naja, die kann man heute oder morgen mal operieren, das ist eigentlich egal, sondern das sind alle Patienten, die auch dringend auf ihre OP warten, zum Beispiel wegen eines Tumorleidens oder Ähnlichem. Dennoch kann es jetzt sein, dass wir auf der Intensivstation voll sind, uns abgemeldet haben, aber auch die anderen Kliniken die Patienten nicht abnehmen können und es deswegen zu einer Zwangsbelegung durch die Leitstelle kommt. Und dann sind wir einfach verpflichtet, auch diese intensivpflichtigen Patienten zu versorgen. Und deswegen haben wir heute noch mal relativ lang dann auch mit den Führungskräften auf der Intensivstation gesprochen. Das ist heute über Nacht und vielleicht auch morgen einfach zu einer Überbelegung der Intensivstation kommen kann. Wie Sie vielleicht schon anhand der ganzen Maßnahmen jetzt gehört haben, versuchen wir alles, das möglichst gut und schnell wieder nach unten herunter zu regulieren, aber es ist im Moment wirklich eine große Herausforderung. Ich werde wirklich versuchen, wenn ich es irgendwie zeitlich schaffe, morgen auch selber noch mal zu der Übergabezeit auf die Intensivstation zu gehen und das auch dort den Mannschaften vor Ort noch mal zu erläutern. Das nächste Thema Impfungen. Die Entwicklung von Impfstoffen schreitet ja in großen Schritten voran und in der Koordinierungsgruppe von Fürth, Stadt und Landkreis wird bereits mit hoher Priorität an der Organisation eines Impfzentrums gearbeitet. Bei dem Thema sind noch viele Fragen offen. Kriegen Sie ja sicher auch in den Medien mit, dass im Moment noch schwer darüber diskutiert wird, wer hat eigentlich die erste Priorität, wer wird zuerst geimpft, wie geht es dann eigentlich weiter. Wir sind da in ganz engem Austausch mit den Verantwortlichen und werden sie da immer auf dem Laufenden halten. Im Moment ist wirklich noch vieles sehr, sehr unsicher. Stand im Moment ist der, dass wenn Impfungen begonnen werden, dass dann die Mitarbeiter des Klinikums nicht in Impfzentren gehen müssen, sondern dass das Klinikum Fürth oder die Krankenhäuser generell die Impfungen eigenständig zum Beispiel über den betriebsärztlichen Dienst durchführen lassen können. Allerdings hängt es natürlich auch noch von vielen Umgebungsvariablen ab, zum Beispiel bei welchen Temperaturen dieser Impfstoff transportiert und gelagert werden muss und so weiter. Mir ist es wichtig, Ihnen zu vermitteln, dass wir an diesem Thema in Ihrem Sinne ganz eng dran sind, dass wir uns darum kümmern und dass es im Moment aber wenig Sinn macht, jetzt schon mit Fragen an Ihre Führungskräfte heranzugehen, weil einfach da noch zu viele Umgebungsvariablen offen sind, die es erst noch zu klären gibt. Aber seien Sie versichert, sobald wir irgendwas Näheres wissen, werden Sie von uns darüber informiert und wir werden uns darum kümmern, dass für Sie da keine Verzögerungen entstehen, wenn Sie sich impfen lassen wollen. Und nun noch eine Empfehlung für das abendliche Fernsehprogramm. Der Mitarbeiter-Podcast, den Sie gerade hören, hat ja irgendwie hier im Großraum doch etliche Wellen geschlagen und inzwischen hören ganz viele mit auch von anderen Krankenhäusern. Und das ist auch bis zum Bayerischen Rundfunk gedrungen. Deswegen war ein Team vom Bayerischen Rundfunk letzten Freitag bei uns und hat einen Beitrag über diese Art der Mitarbeiterkommunikation gedreht, der heute Abend um 18 Uhr in der Abendschau des Bayerischen Rundfunks ausgestrahlt wird. Da werden Sie sehen, wie unser Podcast entstanden ist, wie er produziert wird und welche Bedeutung er für das Klinikum hat. Wir des Podcast-Teams sind schon alle ganz gespannt auf den Beitrag und freuen uns natürlich, dass der auch Aufmerksamkeit gefunden hat. Also schalten Sie ein um 18 Uhr die Abendschau im Bayerischen Rundfunk, also bayernweit, nicht nur in Franken. Und wenn Sie es bis dahin nicht schaffen, notfalls auch nachher in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks, sobald wir einen Link haben, werden wir den auch öffentlich stellen. Und wie gewohnt zum Schluss des Podcasts wieder eine positive Geschichte aus unserem Haus. Premiere, erstes erfolgreiches Patientenwebinar Das schwache Herz. Da Corona-bedingt Patientenveranstaltungen in gewohnter Form aktuell und auch in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, ja nicht möglich sind, hat sich Harald Rittger, unser Chefarzt für Kardiologie und Pneumologie, entschieden, ein kostenloses Webinar zum Thema Das schwache Herz anzubieten. Diese Premiere des Webinars via Microsoft Teams hat bereits in der letzten Woche stattgefunden und ist mit über 80 Teilnehmern sehr, sehr erfolgreich verlaufen. Ich glaube, wir haben damit auch gezeigt, dass wir wirklich modern sind und uns da dem Stand der Technik bedienen, um in diesen schwierigen Zeiten den Kontakt zu unseren Patientinnen und Patienten oder auch der interessierten Bevölkerung einfach gut zu halten. Mein großer Dank erstens an das Team der Medeins, aber auch an mein Marketing-Team, die da doch etliches geleistet haben, um das alles technisch so reibungslos funktionieren zu lassen. Wenn auch Sie eine Online-Veranstaltung für Patienten anbieten wollen mit Ihren Abteilungen, unterstützt Sie unsere Unternehmenskommunikation gern dabei. Ja, und das war ja wieder unser Mitarbeiter-Podcast aus dem Klinikum für das Klinikum. Bleiben Sie wie immer gesund und zuversichtlich. Ihr Podcast-Team vom Klinikum Fürth.